WALDLÄUFER 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 Bist du dir da sicher? Mit meinen eigenen Augen. Ich wär ja in die Höhle gegangen und hätte ihn selbst gerettet, aber er wird schwer bewacht. Wenn du ihn gefunden hast, wollte Bruce das so. Das ist noch so eine Falle. Du hältst nicht viel von mir, oder? Hey! Was ist los mit dir? Du hast eine Armee zu führen und einen Krieg zu gewinnen. Aber du verschwendest eine Zeit mit der Rettung eines hirnlosen Schrack. Tja, du solltest dich beeilen. Ein paar von meinen Karagor sind seit heute morgen echt mies drauf. Also hab ich sie freigelassen. Yeah! Sie hungern schon seit Tagen! Du musst Waldläufer retten! Ich bleib hier draußen, falls Bruce zurückkommt. Du musst Waldläufer retten! Du solltest wissen, dass ich mit dem Trottel nicht gerade sanft umgesprungen bin. Eindeutig nicht, Waldläufer. Natürlich nicht! Dachtest du etwa, meine Spiechen mit dir wären vorbei? Nicht mal annähernd! Was ist das Ende? Lauf! Los! Los und gemein! Das war's für heute. Wie kann er sich sein? Für Marder! Ist das eine Falle? Ich sah Bruce zurückkommen und dann ist was explodiert. Und dann waren da all diese... Ach so, das war also eine Falle. Aber keine Sorge, ich hab gesehen, wo er hingegangen ist. Ich spür ihn auf. Reine Zartverschwendung. Nicht, wenn Redback Bruce aufspüren kann. Sobald er das schafft, beenden wir es. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Was ist das? Waldläufer! Ich hab Waldläufer! Und ich hab Bruce! Das kommt mir sehr vertraut vor. Explodiert dieser Waldläufer auch? Nein, diesmal ist sich Redback sicher. Während du in die Falle getappt bist, gut gemacht übrigens, hab ich Bruce aufgespürt. Der hässliche Schrack hat mich nicht entdeckt. Er hat meinen echten Waldläufer! Ich kümmere mich darum. Bleib außer Sichtweite. Ich hab genug von Überraschungen. Klar, bestens. Wir machen's auf deine Art. Kein Rumgetrödel. Bruce rechnet nicht mit uns. Schlagen wir zu. Erst retten wir Waldläufer. Waldläufer ist entbehrlich. Unsere Priorität sollte das Exempel an Bruce sein. Wir werden uns um ihn kümmern. Aber Waldläufer muss in Sicherheit sein. Der Chef ist in letzter Zeit so gut gelaufen. Und wer da nicht gerade spielt, foltert ihn den armseligen O-Lock. Ich bin ein Schick. Ich glaube, ich hab noch nie einen O-Lock so laut schreien. Hör. Ich würde ausschneiden, wenn Bruce ein wenig. Fynnansk. Ich nahe mich, warum wir bei Bruce bleiben. Hast du gesehen? Schleich da hin! Alles in Ordnung. Ganz ruhig. 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 Kannst du gehen? Ruhig. 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 Das heißt dann wohl ja. Ich nehme an, du bist bereit, es zu beenden. Ich bin es auch. Statuieren wir ein Exempel an, Bruce. Ein Exempel, das Mordor nicht vergessen wird. Ich habe ihn gewöhnt, brechst ihm die Knochen. Du musst dir schon mehr suchen. Was zum Henker machst du hier? Und wer hat dir erlaubt, Wattläufer aus dem Käfig zu lassen? Wir beide werden dir eine Lektion erteilen. Das würde ich gerne sehen. Sparte die Fischer, Bruce auf! Was tut nicht weh! Unterwärf dich mir! Tötet mich! Bringt es zu Ende! Nein! Waldläufer! Komm her, du großer Nardu! Ich freue mich auch, dich zu sehen. Es ist fast, als würde er sprechen. Danke, Waldläufer. Äh, Grabwandler. Nein, danke, heller Herrscher. Wir sind quitt. Ich will die Festung nicht. Ich will die Festung nicht. Ich will die Festung nicht. Ist das Bruce? Du hast ihn gebrochen? Ich will die Festung nicht. Ich will die Festung nicht. Lieber würde ich sterben, als so zu leben. Darum geht es. Komm, Waldläufer. Lass uns verschwinden. Davon bekomme ich Albträume. Du bist grausam, Grabwandler. Jetzt weiß jeder Orkenmorder, dass es nichts bringt, uns herauszufordern. Ich will die Festung nicht. Ich wollte sie nicht. Ich habe es gefangen. Ich will die Festung nicht. Wenn du sie nicht genommen hast, ist es nicht. Ich. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Das war's für heute. Mein Kopf pro Spieß. So macht man das richtig. Es überrascht mich, dass diese Kette kein Ork-Hals schmückt. Vielleicht können ihre groben Finger die feine Schnalle nicht bedienen. General aus Wunderschmauk. Herr Verräter, ich starb doch bei der Belagerung. Kein Dringling! Die Orks können Klingen härten. Das muss ich ihnen lassen. Sie schmieden massenhaft Waffen. Doch keine davon mit Sorgfalt. Hast du was gesehen? Und jetzt endet die Jagd. Beide ich mit dir. Ich bin der Techniker, dann geht es. Ich kann dich nicht mit Sorgfalt hin. Ich muss dich nicht mit Sorgfalt hinfinden. Das ist ja, ich bin der Techniker! Weitläufer! Wenn man sie in die Lava wirst... Das hört sich nicht gut an! Jetzt kaffe ich dich! Schlocken doch die Dings! Du bist jetzt tot! Die Kallklinge sind ein Trogler! Du bist jetzt in der Steine. Wenn ich mich nicht so viel tun habe. Ich schrebe michи mit den Krieger, bestaust. Steink! Aaaaah! Das ist eine Luftwaffe! Ich will nichts mit der Festung zu tun haben. Du kannst sie haben. Es ist deine Festung gut. Deine. Du kannst die Festung ab. Die Festung gehört dir. Ich will die Festung nicht einnehmen. Das werde ich nie versuchen. Behalt die verdammte Festung. Du kannst die Festung ab. Du kannst die Festung ab. Du kannst die Festung ab. Verschauen! Du kannst die Festung ab. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Moment! Jetzt leidisch, schlackt ihn wieder! Versuch zu kontern, Waldläufer! Schenkt ihn aus dem Gleichgewicht! Blut! Nehmt ihm sein Schwert! Geh zu mir! Hilf für den Karr, der sich hier verstand! Da drüben hat sich was bewegt! Aufhänge! Der Alarm ist wenig mehr als ein Hilferuf und ein Schreckensschrei. Brachiger Schwein! Zeit, dich zu zerballen! Nehmt das zu! Er hat einen Blick! Du bist tot! Dann! Deine Situation! Du bist tot! Rastferschmer! Er hat ihn, Schmerzen! Er hat ihn nicht gewöhnt! 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 Nein! 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 Das geht von... ...dass! Lass du nicht kommen, was? Zert mal in Wien! Dreck das! Dreck! 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 Was soll alle lernen? Wer tötet meine Jungs? Dreck! 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 Hör! 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 Das zahl ich dir heim! Hör! 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 Ich bin zu klug für diesen! Hör! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020